Hallo, ich bin Marlene vom Luftakrobatik-Shop und ich erkläre dir jetzt mal den super total kompletten Unterschied zwischen Yoga-Tuch und Tuchschlaufe. Das hatten wir schon in einigen Videos, aber hier die absolute Kurzfassung, damit du dir nicht noch mehr praktische Wissensgeschichten anhören musst. Also, wir haben hier ein Yoga-Tuch und eine Tuchschlaufe. Die Frage ist jetzt nun, welches ist welches? Ich habe das mit Absicht jetzt in den gleichen Farben gewählt. Einmal haben wir hier die Tuchschlaufe Rot und einmal haben wir hier das Yoga-Tuch Erdbeerrot. Also in den Namen gibt es schon mal ein paar Unterschiede. Und dann wird ein Yoga-Tuch, genauso wie eine Tuchschlaufe, schulterbreit aufgehängt, auf gleicher Höhe. Mit beiden kann man Luft-Yoga machen. Das Yoga-Tuch ist so, dass sich der Länge nach nicht dehnt. Das sieht jetzt so aus, weil ich das hierhin zusammenziehe. Aber ich habe es hier direkt schon auf Hüfthöhe aufgehängt. Das heißt also, wenn ich mir hier rüber hänge, dann hänge ich direkt perfekt. Zum Beispiel für den herabschauenden Hund. Dann haben wir hier die Tuchschlaufe, mit der es ebenfalls möglich ist, Luft-Yoga zu machen. Die habe ich ein bisschen höher aufgehängt, wie ihr seht, nämlich bei mir ungefähr Bauchnabel hoch. Warum? Weil sich die Tuchschlaufe etwas dehnt. Das heißt, ich habe die Bauchnabel hoch aufgehängt, damit sie dann bei Dehnung, wie ihr seht, auf Hüfthöhe hängt. Also gucke ich immer, wenn ich die aufhänge, dass ich die so auf Spannung halte. Und wenn sie da ist, dann ist es perfekt. Dann kann ich hier nämlich ganz genau so den herabschauenden Hund machen und ein bisschen fliegen. Das ist alles möglich. Ich kann auch über Kopf hängen, ohne dass mein Kopf auf den Boden kommt, weil ich die eben ein wenig höher gehängt habe. Das heißt also, an beiden Tüchern ist Luft-Yoga möglich. Einige schwören auf die nicht dehnbaren Yoga-Tücher, andere schwören auf die dehnbaren Tuchschlaufen. Ich mag beide gerne und rate euch, wenn ihr noch gar keine Erfahrung habt, entscheidet einfach vom Gefühl heraus, welche Farbe euch zusagt. Denn die Tuchschlaufen haben wir auch in bunten Farben, zum Beispiel die Yoga-Tücher nicht. Und dann ist nochmal ganz wichtig zu sagen, für diejenigen, die schon mal Luft-Yoga gemacht haben, in einem Kurs bei einer Freundin und haben gesagt, ja, genau das ist es, das möchte ich auf jeden Fall tun, dann fragt danach, ob die in der Länge dehnbar waren, also dehnbar waren, das ist die Tuchschlaufe, oder nicht dehnbar, also ein nicht dehnbares Yoga-Tuch. Denn die Erfahrung zeigt, dass ihr genau das haben möchtet, was ihr beim allerersten Mal ausprobiert habt, egal ob es mit beiden möglich ist. So, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, Luft-Akrobatik zu machen. Klar, natürlich, dafür haben wir ja Tuchschlaufen. Warum nehmen wir da die Tuchschlaufen und nicht die Yoga-Tücher? Ganz einfach, wenn man sich darin einwickelt und dann runterfällt, dann federt das ein bisschen nach. Das heißt also auch, dass es für Kinder super gut geeignet ist und dadurch, dass es nachfedert, auch für die Gelenke, besonders also auch für die Wirbelsäule. Bei einem Yoga-Tuch, wenn man das damit machen möchte und das der Länge nach gar nicht nachgibt, muss ich komplett den ganzen Fall oder meine Bewegung mit der Wirbelsäule abfangen. Das heißt, die wird auseinandergerissen. Und hier ist es schonender für den Rücken. Aber eben, wenn man schnelle Bewegungen macht, Abfaller, mehr spielt, mehr springt, mehr auf Dynamik geht. Wer so ganz reines, normales Luft-Yoga macht, nutzt also ein Yoga-Tuch. Und wer flexibler sein möchte oder eine schöne Farbe oder Kinder hat, für die das sein soll und auch Luft-Akrobatik machen möchte, nutzt eine Tuchschlaufe. Ja, beide kann man natürlich an zwei Punkten aufhängen, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, schulterbreit, also ungefähr schulterbreit, das sehe ich dann hier so dran. Und zwar so schulterbreit wie die Schultern von denjenigen, der da dran hängt. Wenn da mehrere dran hängen, dann nehmt ihr die breiteste Schulter. Hier ebenfalls schulterbreit an zwei Aufhängepunkten ungefähr. Das kann auch variieren zwischen 10 cm, na was sind 10 cm, ne? Das ist jetzt so eine Frauenfrage. Bis hin zu 1 m ungefähr. Also da seid ihr ganz frei. Es gibt auch Tuchschlaufen, die als Hängematten verwendet werden. Und da wisst ihr ja, die haben ganz großen Abstand. Und dann ist es natürlich auch möglich, eine Tuchschlaufe und ein Yogatuch an einem Punkt zusammen aufzuhängen. Damit ist es dann gegeben, dass man sich um die eigene Achse drehen kann. So, für ganz normales Luft-Yoga ist das definitiv nicht notwendig, sogar eher verwirrend vielleicht. Für Kinder auf jeden Fall immer eine tolle Sache, für Luftakrobatik sowieso. Das heißt also, wenn ihr euch da nicht sicher sein solltet, dann nehmt einfach das 2 in 1 Punkt Aufhängeset für Yogatuchschlaufen. Warum heißt das so? Weil es für Yogatücher ist und auch für Tuchschlaufen. Ja, wenn ihr keine Balken habt, wo ihr eine dicke Rundschlinge rüberlegen könnt, um das Ganze festzumachen, dann nehmt ihr einfach 2 Deckenaufhängungen für Holzbalken oder für Betondecken. Wonach richtet sich das? Wenn ihr Betondecken habt, dann wählt ihr die Deckenaufhängung für Betondecken und habt ihr Holzbalken, die so oben fest sind und die Decke drauf. Das heißt, ihr könnt nichts über diesen Holzbalken rüberlegen. Ja, da ist dann nämlich schon die Decke drauf. Ihr könnt nur was von unten dran machen. Dann nehmt ihr die Deckenaufhängung für Holzbalken. Ja, das ist es eigentlich schon. Vergesst nicht, den Luftakrobatik-Shop auf YouTube, diesen Kanal hier, zu abonnieren. Dann werdet ihr über neue Videos immer sofort informiert und verpasst nichts. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020